So, schauen wir mal eben, was wir brauchen auch. MFE reicht, glaube ich. Ich gucke gerade mal. Ja, es reicht erstmal eine MFE. Okay, Maschinenblock, zweifach isolierte Kabel. Fangen wir jetzt mal mit dem Maschinenblock an, der geht am schnellsten. Zack. Jetzt brauchen wir Waba. Und isolierte Kabel, beziehungsweise Gold. Genau, zack. Doppelt isoliert. Und jetzt brauchen wir noch diese Energy Crystals. Dazu brauchen wir, beziehungsweise dafür benötigen Diamanten. Und Whetstone. Genau, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechser. Ne, sechs, ah, jetzt habe ich zu viel gemacht. Ist ja auch egal. Zwei mehr schaden jetzt auch nicht. MFE. MFE. Nun, brauchen wir noch mehr als Fabricator. Da brauchen wir zwei erweiterte Schalkreise und Lappatron und Kristall. Okay. Kurz, dann haben wir da jetzt zwei von gemacht hier. Kann ich auch gleich so machen. Und vorerst brauche ich aber noch so zwei erweiterte Schalkreise. Brauche ich denn für die, da brauche ich nochmal zwei. Das heißt, ich brauche da nochmal zwei für. Ne. Okay, das kriegen wir hin. Okay, habe ich schon wieder vergessen. Zwei, achso, okay. So. Okay, mach so, so, so. Und Lappeslazulli. Machen wir gleich mal die beiden da fertig, dann haben wir sie auch weg. Den in der Mitte, der kann... Achso, das kann weg, so. Dann brauchen wir noch Whetstone. Weil ich, wie gesagt, Antropographwerk starten, damit wir halt was machen können damit. Da müssen wir gleich auch noch was mitmachen. Ah, ich bin jetzt gerade am Schauen. Weil ich habe ja immer noch nicht die, ähm... Ach, ja, das Bienenhaus noch nicht fertig gemacht. Da sind wir ja auch noch am tüfteln und am Arbeiten. Da sind wir auch noch nicht weit gekommen. Zwei, das habe ich. Und jetzt brauche ich... Carbon-Platten waren das. Genau. Schmeiß mal die acht schon mal ein. Da habe ich schon mal meine Ruhe, beziehungsweise die muss ich glaube ich in den Kompressor reinpacken, ne? Das kann möglich sein. Genau, tut mir meinen Kompressor rein. Und dann brauche ich diese komischen Platten noch. Ich glaube, davon habe ich keine. Diese hier, da. Legierung, ich glaube nicht. Wie heißt sie denn? Verbesserte Legierung. Legierung, nein. Haben wir da nicht. Haben wir da Mixed Metal Ingot eingespeicht? Haben wir auch nicht. Gut. Wenn wir das nicht alles haben, dann können wir das schon mal vorbereiten. Hier einspeichern. We find Eisen Bronze. Und Tin. Das haben wir alles unten. Silber. Tin. Und we find Eisen. Obwohl ich das eigentlich einspeichern möchte. Nee, nicht so. Aber hier einspeichern. Oh, nur noch 10 Stück. Eieieiei. So. Codieren, danke. Weil dann habe ich das wenigstens eingespeichert und brauche das nur per Klick erstmal so abrufen. Nee, das muss eine Seite, genau eine Seite weiter ist am besten. Tun wir da rein. Es kann doch sein, dass ich noch ein zweites System irgendwann mal aufbauen werde. Aber das dauert noch. So. Da brauchen wir hier mal 2. Das heißt, wir brauchen 4. Ach ja, da können wir ruhig mal ein paar machen. Wie viel bekommen wir denn raus, wenn wir die jetzt machen? 1 zu 1. Alles klar, da machen wir hier 10. Jetzt wenn ich wüsste, wie das heißt, das Zeug. Da ist es. Ligierungsschichten, oder? Was war das? Ligierungsbarren. Alles klar. Ligierungsbarren. Und der soll, glaube ich, in den Kompressor rein, ne? Ja, richtig. Dann mach du schon mal fertig. Wie viel Jumilmeter hast du denn in der Zeit schon mal? Jetzt habe ich nämlich gar keine Stoppung gedrückt. Ah ja, ist auch egal. Machen wir noch 5 Minuten. So. Wenn es jetzt ein bisschen länger ist, oder ein bisschen kürzer, tut es mir leid, aber kann man nichts machen. Ich habe einfach vergessen zu klicken. Die brauchen wir. Ach so, da fehlen jetzt Maschinenblöcke. Brauchen wir auch 2? Äh, Maschinenblöckchen. Ach so, warte mal. Da rief. Find Eisen. Also nicht wundern, dass ich immer die englischen Begriffe sage, obwohl ich auf Deutsch gestellt habe. Das ist für mich einfach ein bisschen einfacher. Aber ich komme dann mit den deutschen Begriffen, weil ich die auswendig kenne, beziehungsweise auch in der Begriffleiste, Suchleiste auswendig kann. Ist das für mich etwas einfacher, die schneller so zu finden. Wenn ich dann auf Deutsch und Englisch umschalte, ist das natürlich auch ein bisschen blöd. Deswegen da nicht wundern. Viele beschweren sich auch, auch Spiel doch Minecraft auf Englisch, ist doch marschgebend und so weiter. Ich sage so, ja, ist alles klar, könnt ihr gerne machen, aber ich spiele das mal so. So, da lasse ich mir auch nicht einreden. Ich kenne die Begriffe auf Englisch. Die meisten. Die Mass Fabricator, sage ich auch immer. Oder Automackeköftige Recycler oder MFE. Oder, hast du nicht gesehen, hier Cold Dust oder so was. Sage ich ja nicht, Kohlenstaub oder so. Nein, sage ich ja, Cold Dust. Hier, weißt du, Kohlenstaub, das brauche ich ja nicht extra. Glasfieber-Cables. So, Glasfieber-Kabel, wo sind sie denn? Äh, hier nicht? Ach, so. Glas. Oder Glaskabel, ich weiß es doch nicht. Äh, da. Glasfaserkabel, genau. Äh, mit Silber. Speichern wir das, glaube ich, auch mit Silber ein, ne? Brauche ich mal eben das. Und. Ja, mit Wetzel. Hä, dann nehmen wir ruhig Diamanten und Silber. Äh, Diamanten und Wetzel. Äh, so. Diamanten und Silber. Davon habe ich ja noch etwas. Leeren. Irgendwann soll ich zwei. Kodieren sechs Stück, das ist immer gut. Du musst alle leeren, dann wissen wir, dass wir das auch nicht mehr brauchen. Und Kabel habe ich doch hier zuvor schon mal irgendwo gehabt, ne? Ne. Achso, habe ich noch nicht eingeschweichert, weil ich ja keinen Extractor habe. Oder wie ich halt mein, äh, mein Kautschuk verbrennen kann. Das hier. Habe ich ja noch gar nicht angeschlossen. Soll ja auch noch kommen. Soll ja da hinten irgendwo sein. Oder irgendwie eine Etage da drunter. Oder hier hinter. Weiß ich noch nicht. Muss ich auch erst schauen. So. Das kann weg. Dann brauchen wir, pfff, was machen wir hier? Mal 20 Kabel. 20 Glasfeder Kabel. Wo hat er sie? Da hat er sie. 24 Stück. Nun brauchen wir noch ein paar Upgrades. Einerseits brauchen wir was für einen Recycler. Genau, wir brauchen dieses, das hier da. Auswurf. Ding. Da brauchen wir zwei Pistons. Ein Trichter. Habe ich soweit gesehen. Wo ist es denn jetzt hier? Das wirft nämlich auf allen Seiten das Zeug raus. Nee, da ist es. Auswuchsarbeit. Wie ihr seht, automatisch Auswurf zu jeder beliebigen Seite. Und das wollte ich auch nämlich haben. Genau, Zeugolben. Habe ich da noch welche? Da. Zeugolben. Ah, jetzt habe ich keine Kabel mehr. Ein Trichter. Muss ich mir erst noch ein paar Kabel machen. Oh je je je. Wird auch knapp. Deswegen auch die Jujimiter Fabrik, dass ich halt ein Kabel mehr komme hiervon. Sieht nämlich auch langsam weniger aus. Wabba habe ich auch nicht mehr viel. So, links, rechts, zwei Kolben, Trichter, unten, Schaltkreis, da. Das brauchen wir einmal. Und dann brauchen wir noch jetzt die ganzen Extruder hier. Pulsierende Gatter macht er ja gerade unten. Und wir brauchen Kabelchen. Beziehungsweise Pipes. Nehmen wir mal ein paar Goldpipes mit. Die Holzpipes brauchen wir nur. Ach, brauchen wir gar nicht so viele. Ein paar Steinpipes. Das sollte erstmal hierfür reichen. Und wir brauchen noch ein paar Transform-Toren. Aber die machen wir gleich in der nächsten Folge. Sehen wir gleich. Bis, tschüss. Debsch. tsch